So, wir sind jetzt bei der Andrea, die eben gegrüßt worden ist. Grüß Gott. Hallo. Das ist kein Spaghetti-Eis. Das sieht nach Erdbeer aus. Ja. Okay, wir könnten eigentlich auch mal einen Erdbeereis-Contest machen. Also ich krieg da richtig Lust drauf. Was hast du über die Osterfeiertage geplant? Wie verbringst du die Feiertage? Eier suchend? Nee, essen gehen. Essen gehen. Eier kann man ja auch essen. Ja, aber eher was anderes essen. Was denn? Beim Italiener. Italienische Eier. Nein. Italienische Spaghetti. Dir ist ja schon klar, wenn du keine Eier esst, machst du mich arbeitslos. Ja. Das ist dir komplett egal. Ja. Das ist eine sehr herzlose Andrea, die kein Mitgefühl für arme P6-Osterhasen hat. Du darfst trotzdem deine Grüße loswerden. Ich grüße auch die Mira, die Lea und meine Familie. Alles klar. Ein Gruß an die Familie. Bringt dir immer ein bisschen Eier essen bei. Das käme uns und unserer Industrie sehr entgegen. Dankeschön. Vielen Dank.